Guten Abend in Erdstetten, wir sind Neptun aus Rheineck und wir freuen uns bald in die heutige Diktatur an den Papern zu sein und Kuhl. Kommt doch alle noch ein bisschen in die Führung. Wo sind die Fans von Kuhl? Und wo sind die Fans von Neptun? Das nächste Lied, die wir spielen, ist ein unserer Singel, den wir im letzten Herbst rausgebracht haben und es heisst Alexis. Die Fans von Kuhl. Die Fans von Kuhl. Die Fans von Kuhl. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018